Let's go, der ist ja richtig, ey, ein richtiger Pico, Pico-Bär, so, uh, Elektro, ja, ist es wirklich Pamo, oh, der sieht ja geil aus, Alter, ich hätte wirklich Pico-Bär lernen sollen, ne, nein, ich will die Namen lernen, damit das, oh, Pico-Bär, geil, okay, ja, wir nehmen auch hier einen Vogel mal mit, ne, damit, Vogel, ich meine natürlich, äh, hier, Stara, ist das nicht, ah, da, 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 Tiri, Tiri, Level 2, ah, das wird gebrutzelt, Level 2 ist mir zu wenig, gibt's gebunkel, ach, weiß ich gar nicht, kann ich dir nicht sagen, mm, so, okay, weiter geht's, perfekt, sieht bis jetzt doch ganz nice aus, Dieht doch ganz nice aus, so, äh, zack, Glut, ja, So viel hat kann ich ihn gekostet, äh, 51, 51, glaube ich, war es, ja, 51, war bei, okay, let's go, ich muss, glaube ich, einmal healen gehen gleich, Hm, eine Attacke gelernt, ja, Beleber gefunden, auch gut, so, komm, hier, nochmal neue Pokémon, ich denke nicht, ne, Ich denke nicht, aber, okay, hier sind sehr viele, was ist passiert, ah, okay, hier sind sehr viele Käfer-Pokémon, ne, mit unserem Feuer-Pokémon sind wir gut und Fangen von Pokémon an, schon drauf, hast du, fangen voll, ja, Mann, lass mal sehen, wie Pokémon bei dir schon, knapptast, Ja, da rastet ihr aus, ne, was war das, ach so, ich dachte, die rastet aus, hab mal ne Switch, ah, let's go, da kannst du dir gehen, So einen Ruf hab ich noch nie gehört, vielleicht war es noch richtig starke Pokémon, komm, lass uns raus, wenn der Ruf herkam, Eine große Bogenhülle, ne, nämlich gefährlich, Smart-Roboter, eine eingebaute Sicherheitsfunktion, passe entlang der Klippen, Trotzdem besonders gut auf, okay, okay, so, finde Quelle mysteriösen Rufs, oh, gleich kommt direkt Legi-Pokémon, oder? Bestimmt Legi-Pokémon ist auf dem Weg, so, wo sind wir hier? Okay, erstmal, erstmal alle Pokébelle hier mitnehmen, ne, Eta auch, ja, ja, aber laufen, können wir nochmal schneller laufen, nein, ne, der läuft schon schnell, ja, so, was hat er gesagt, entlang der Klippe, ne, hier unten, dieser mysteriöse Ruf, der mysteriöse Ruf, okay, Ey, safe Legi-Pokémon, ne, und? Da ist nix, oha, ah, stimmt, der ist doch gestrandet, ja, ja, der ist doch runtergefallen, huch, und, 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 und machen den Blatt, oder was? Boah, einfach, einfach blatt gemacht. Aber wie sieht, wie sieht das denn jetzt aus hier? Warte, der kann ja fliegen, ja, stimmt, natürlich fliegt das Teil. Junge, ist das einfach damit, ja, voll, voll die gute Idee, damit zu fliegen, eigentlich spielt unser Robo. Boah, ich bin gespannt, kämpfen wir nicht direkt, oder was kämpfen wir gegen das? Hm, okay, das letzte Mal-Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden, vielleicht kannst du ihm etwas geben, was ihm wieder auf die Beine hilft. Wollen wir das? Sandwich? Ähm, ja, dann geben wir dir ein Sandwich. Der gönnt sich mein Sandwich, aber mein Mittagessen ist weg. Oder? Gönnt er sich? Ja, bestimmt. Okay. Hol deine Hände weg, also beißt er dir den Arm ab. Also die Leaks waren doch, dass die... Warte mal, ist das schon das Fall ausge... Hat er, hat er noch einen Entwickler? Warum? Irgendwie hat sich das... Okay, warte. Jetzt sieht das gar nicht entwickelt aus, ne, irgendwie. Hä? Das sieht auf der Verpackung aus. Okay, keine Ahnung. Ich habe gedacht, es gibt eine nicht entwickelte Form und eine entwickelt Form ist... Oder gibt es nur eine Form? Oder? Hä? Es heilt sich? Ach, das ist die Entwickler... Oha! Was denn jetzt passiert? Hat sich die jetzt entwickelt, oder was passiert? Rage Form oder so? Okay, das kann natürlich auch sein, ne? Guck mal, Rage Form. Stimmt. Kann man die im Kampf einsetzen? Ah, okay, 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 okay. Das ist Rage und dann geht es rein? Okay. Ja gut, ich habe gedacht, wir kämpfen jetzt direkt gegen das oder fangen es. Gehen wir in die Höhle? Ja, ne? Ich gehe hinterher, Alter, ist mir egal. Gefährlich, gefährlich. Okay, hinterher. Krass. Meeresbuchthöhle. Oh yeah. Okay, ich bin gespannt. Die Höhle hier, komplett. Das ist seine Höhle, ne? Aber warum hat er geraged jetzt? Das ist komisch. Hey Cheetah, Namilo ist hinterher. Hä? Was macht die denn da oben? Hier bist du also alles okay? Geht's dir gut? Alles klar. Auf Minecraft eingehen. Boah, zum Glück habe ich mir Sorgen gemacht. Das ist alles nur, weil ich unbedingt herausfinden wollte, was der Ruf herkam. Das bringt doch nichts. Würde, müsste ich jetzt erstmal schauen, wie du wieder rauskommst. Versuch mal irgendwie nach oben zu klettern. Wenn du genug bist, kannst du hier meine Pokémon vielleicht wieder rausziehen. Ah ja, wir... Wir wollen erst mal gar nicht hoch, ne? Schaut dir jetzt so an, vielleicht wirst du es... Oha. Uff. Let's go. Finden wir hier ein paar... Vielleicht starke Pokémon, oder? Oh, krasser. Wahnsinn. Pokémon kann nicht so stark sein wie meine eigene oder so. Noch stärker. Vielleicht auch Hunde... Oh, Hundemann. Oben, okay. Okay. Ey, safe. Komm gleich die... Die... Wie heißen die nochmal? Die Bodybuilder, die... Äh, Dicktrees. Bämmer. Ey, dieser Sound ist so richtige Schelle, ne? Der Sound ist so eine richtige Schelle. Glut. Oh, Level 2? Oh, shit. Ich wollte eigentlich fangen. Ja, okay, Level 2, komm. Wir... Oh, Pamu. Ey, Pamu. Ich hab ein neues Lieblingsbocken. Pamu ist ja voll geil. Oder? Kann ich, Pamu? Ah, ich kann jetzt nicht... Ich kann jetzt nichts machen. Okay, das ist Story hinter mir. Kriegst du mich zu hoch? So, was haben wir da? Oh, da ist Dick... Dicktrees. Ey, den wollen wir haben. Komm her, Schelle. So, ein Tackle, oder? Welches Level? 3. Ah ja, nehmen wir an. Okay, fangen wir. Fangen... Oh, scheiße. Oh, ich muss aufpassen, ne? Gleich bin ich platt, oder so. Ja, okay. Ich hab ja noch genug Pokémon, ne? Ich denke nicht, dass ich direkt, ähm... Jetzt verliere, oder so. Die sind auch... Die sind auch noch alle Level 2 und 3 und sowas. Pamu. Ich will eigentlich für Pamu nach vorne. Dicta. Müsst du den Spritzenamen geben? Ne, ne, alles gut. Dicta ist Dicta. Die Dictrice Bodybuilder. Dicta. Dicta. Jetzt... Und jetzt absorbieren. Was hat er dann gehilt dann? Uh. Ja, okay. Das finden wir auch noch alles raus. So, wir folgen dem mal. Hoppla, was macht er denn jetzt? Oha. Oha. Einfach ne Gang, alter. Jetzt Schlägerei. Okay. Das war ja, das war ja mal gar nix, ne? Das, äh, also... Und der Monster, das war ja gar nix. Das war ja peinlich. Was ist denn los mit euch? Ich hab erst mal so richtige Gang angekündigt und dann hier den Schwanz eingezogen, sag ich nur dazu. Passt dazu. Wirst du auch, äh, online pvp machen? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Sehen wir nachher, wie es läuft und, äh, ich hab jetzt kein Nintendo online, aber... Aber, äh, oh, der Nächste. Der macht sich den Weg frei, einfach, ne? Oh, sein Schwanz. Was ist los hier? Gibt Gas, Mann. Oh, das, äh, hat reingehauen. Der Fels ist, äh, echt eine normale Attacke. Ich muss mir unbedingt als nächstes näher ansehen. So. Wie heißt der? Ach so, ja, komm, wir sind bei. Da kommt irgendwas. Schon wieder kommt was? Alter, ist das schon mein Pokémon, ne? Es ist ein legendäres Pokémon. Hinter dir. Oh, jetzt aber. Jetzt geht's ab. Oh, jetzt musst du gegen ihn kämpfen, oder? Oh. Shit. Ähm. Knirscher. Wir sind dead, oder? Hä? Der hat gar keine Attacke gezündet. Hat hier gar nichts gezündet. Hilft der mir? Boah. Ja, Mann. Der hilft mir. Uh, krass. Oh, jetzt kommt seine Gang wieder. Alter, alleine kann er nix. Direkt, ey, Bruder, komm. Komm, Bruder, mach den platt. Boah, wie viel denn noch? Holy shit. Ja, und was mache ich überhaupt alleine? Oh, krass. Okay. Komm her. Hier oben, komm, schnell. Zack. Bruder, hast du mich gerettet, ey. Die klatscht einfach. Ja, Mann. Pokémon, ja, okay. Man kann ja nicht sehr gut... Doch, die kann doch mit dem reden. Aber... Ey, let's go. Was ist hier los? Fangen wir es direkt? Geht es direkt los? Nee, oder? Es ist auf jeden Fall unser Frendo schon. Ich kann nicht glauben, wie du geblieben bist. Das war der richtig brenzlig. Mein lecker, du kannst sowohl die Armand richtig gut. Ah, okay. Und weg ist er, ne? Ach, so, dann mit ihm. Das war wirklich Rage. Ey, das war unser... Unser Mittagessen hat ihn richtig Rage-Form verpasst, ne? Richtig Rage. Vielleicht ist er erschöpft, weil es ganze Kraft aufgebraucht hat. Wie war es bisher aus? Noch nie gesehen. Kann er plötzlich sein Aussehen erändert. Meint er, es geht ihm gut. Ein guter Fall. Keine Ahnung. Du weißt auch nicht. Aber zum Glück dir nichts passiert. Kampf gerade wirklich beeindruckend. Pokémon, wenn ihr ganz ein Klang gegen Hundemung gekämpft habt. Hm, obfies Fahre? Hast du gar nicht gesagt, was es tun soll? Ich habe gedacht, es wäre Pokémon, aber wohl doch nicht. Es wäre jetzt dein Pokémon. Achso. Ist wieder gut. Schau mal, es scheint dir ein bisschen besser zu gehen. Ein Glück. Ein bisschen Ruf von ihm, meinst du, es kam ja von diesem Pokémon her? Ja, bestimmt. Länger ist es anschauen, desto seltsamer wird es. Ich wünsche dir die Frage gegen es antreten und es trainiert hast. Lass du am besten unsere Handy nun mal austauschen. So ist noch was passiert. Fangen wir es jetzt oder nicht? Oder wir fangen es gar nicht, oder? Oder? Dann kannst du dir diese Pokémon-Attacke beibringen, die dir gegeben, starke Gegner bestimmter hilfreich sein wird. Du hältst Sternenscheu, ja? Ja, okay. Ja, Sternenscheu ist okay. Wirklich, die hat es gut benutzt. Okay, ich darf einmal einsetzen. Okay, ganze Strapazen erst mal ausruhen. Oha, komm, legen wir uns auf den Lösch und verschlaupt. Pause ein. Oha. Komm, wir legen uns hin. Was ist jetzt mit ihm? Was ist jetzt mit ihm? Ey, wisst ihr, woran ihr mich erinnert? Der sieht doch safe aus wie dieses... Wie heißt das denn nochmal? Monster? Ne, Drachen. Der eine von den Drachen. Ihr wisst schon, der schwarze Drache. Sieht safe von denen aus. Achso, okay, der sieht nicht so aus wie der schwarze Drache, aber... Moment, jetzt bin ich runtergerutscht, das Fass. Komme ich nicht wieder da hoch? Und ein neues Pokémon? Ne, ne? Ne. Ohne Zahn. Ah, ja, ja, genau, genau, den. Den, 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 den mache ich, meine ich, ja. So, ich muss einmal ausruhen. Einmal ausruhen. So, let's go. Oh, die sind mitgekommen. Okay, sehr gut. Okay, der ist wirklich schon mit mir, ne? Ist das etwa... Ha, was machst du denn hier draußen? Kennt ihr ihn? Wer ist das denn? Okay. Das ist mit euch zu tun. Das hat nichts mit euch zu tun. Moment, äh, dich kenne ich doch. Pepper, richtig? Das ist, äh, geisterwissenschaftliche Zweig. Das ist der Sohn von diesem Pokémon-Professor. Antiqua. Antiqua. Äh, Pepper, lass meine Mutter aus dem Spiel, okay? Okay, das ist eine richtig geschmalzlocke. Was ist denn los mit dem? Junge, du siehst doch nichts mit dem Haar, äh, im Auge. Ich will wissen, was diesen hier macht. Dazu auch noch diese Form. Ich habe unter den Klippen gefunden. Es hat mich gerettet. Wir haben selbst am Ruf gehört. Wollten einer Sache nachgehen. In die Kurka reingestürzt. Und dieses Pokémon hat ihm geholfen. Ich glaube, dabei ist er eine ganze Kraft auch gebraucht. Das sieht deshalb so aus. Hätten wir so stark es war, bevor er die Form gewechselt hat. Okay, ich weiß schon. Aber diese Form kann es nicht kämpfen. Die Wahl von, äh, Choraidon ist die, die es im Kampf annimmt. Die wahre Form von Choraidon heißt er. Choraidon. Beide Co-Pokémon, weißt du das? Woher heißt Choraidon? Choraidon ist... Ja, ich sage die ganze Zeit Gü und er sagt Choraidon. Nichts im Labor, die Tür ist abgeschlossen. Dieses Gesicht sagt mir gar nichts, aber Uniform bist du auch an der Akademie. Ähm, Kaido ist kein Pokémon, das sich von jedem dahergelaufenen Trainer herumkommendieren lässt. Okay, ach ja, was ist das denn? Lass mich erst mal testen, ob du überhaupt das Zeug hast, dich um es zu kümmern. Traust du dich? Ja, komm. Wir haben gar kein Heal, ne? Du hast, äh, mehr Motivation als ich dachte. Kämpfen wir direkt? Bei diesem Kampf komme ich wenigstens auf den anderen Gedanken. Ähm. Der hat jetzt eine große Schnauze, der hat bestimmt so level 5 Pokémon oder so, ne? Voll das ist ja los. Verdammt, meine Pokémon sind nicht gehealt, oder? Ist voll Heal, ich hoffe. Ich habe auch eine solche Erinnerung an mir geweckt, dafür werde ich mich revanchieren. Okay, wir sind voll hier. Ja, voll Heal, easy. Guck mal, wir sind schon level 8. Ja, zwar, bis? Hm, könnte wehtun. Geht. Geht, 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 geht. Ob der, ob der nur das eine hat, oder mehrere? Doch, schon mehrere, oder? Käfer wurde besiegt. Der hat noch ein Pokémon? Ach. Ey, und der hat so eine große Schnauze. Mach doch nicht so einen. Peinlich. Ein bisschen was Scheiß auf dem Kasten zu haben. Junge, gib mir deine Kohle. 300 Dollar. Haben wir von ihm kassiert. So, auf jeden Fall haben wir das Zeug, um ihn zu kümmern. Erzähl. Spitzenkampf-Cheater. Ja, mit deinem Grad erst ungefragenen Pokémon hatte ich wohl eh keine Chance. Ja, selber schuld, ne? Wenn du wirklich deine Obhut nehmen willst, wirst du das hier brauchen. Du kannst es unter Kontrolle bringen. Du hältst Krydos Pokéball. Krydos Pokéball wurde im Detail. Krydos Pokéball, du hast ihn von einem jungen Namen Pepper erhalten. Warte mal, wir können den nicht fangen. Warum? So, sowas. Da gibt mir einfach Pokéball mit dem drin, oder was? Eigentlich bin ich Ding los. Man sieht sich. Ich will eine Frage gestellt. Hä, echt jetzt? Das ist ja lame. Ich wollte den fangen, Mann. So, Nisi, wir sind in unserer Akademie vorausgesetzt und bekommst du es. Komischer Typ. Hä? Wir kriegen ein legendärer Pokémon geschenkt? Nee, das ist nicht cool. Hey, es scheint einiges zu wissen. Wenn ich es nicht mal erwische, muss ich unbedingt gegen ihn kämpfen. Vielleicht kann ich ein paar Antworten aus ihm herausquetschen. Oh Mann. Ich dachte, wir fangen ihn, Alter. Wir kriegen den geschenkt einfach. Wir hätten schon so, ah, der ist mein Freund und dann deshalb geht der in Pokémon und so. Ja. Ah ja. Ist dann so. So, Pokémon Box. Aber, ah, stimmt, okay. Ja gut, aber weil wir ihn nicht gefangen haben, können wir den nicht nutzen, ne? Ja, 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 genau. Hätten wir ihn gefangen, ne? Dann könnte ich den halt immer nutzen, ne? Pummel, Pummel, Pummel. So, dann rein hier. Ja, 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 klar. Ja gut, wir haben die extra gemacht, ne? Dann, damit ich... Aber ich hoffe mal, ich kann den irgendwann mal fangen, ne? Also, das wäre ja optimal. Oh ja. Schau dir mal hin. Da liegt Messalona. Messalona? Okay. Das große Geburt an Pokémon drauf ist die Akademie. Einfach Harry Potter Schloss. Ich freue mich schon total drauf, das ist die eine Klasse zu sein. Ich freue mich auch. Ja. Ja, Best Friend. Das wollte ich hören. Ich werde viele und so viele gegeneinander kämpfen. Ah, Aussicht von Leuchtturm ist einfach großartig. Findest du nicht? Ja. 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 Berge saftige, grüne Wiese und dichte Wälder. So weit ja auch gereicht. Let's go. Ey. Ich bin gespannt. Ich hoffe, viele neue Pokémon, ne? Sagen wir so. Mir werden viele neu vorkommen, weil ich die letzten Gents auch nicht alle auswendig kenne, ne? So. Und diese herrliche Natur lieben so viele Pokémon, die nur darauf warten, dir zu begegnen. Ja, Mann. Ich will auch so einen Rucksack wie sie. Ich habe voll den Lamen Rucksack. Also die sind willkommen in Paldea. Okay. Du siehst, das ist noch ein gutes Stückchen bis zur Akademie. Oh, eine Tankstelle, Alter. Lass uns mal drüber gehen. Da liegt er auf dem Weg. Einfach. Einfach eine Tankstelle. Let's go. So, begüttelte ich, äh, Patrilledo. Ja. Ey, wie geil eine Tankstelle einfach. Nehmen wir da an. So, okay. Nach oben zurückkehren. So haben wir ein bisschen hier. Zack, ja. So, jetzt haben wir. Ah, der ist Blitz, ne? Donnerschock. Ja, aber. Ah, nee. Der braucht zwei Hiebe. Nicht so geil, ne? Farmo. Farmo ist nicht. Fadenschuss? Farmo ist nicht sehr effektiv gegen, äh, hier. Käfer, ne? Egal. Wir wollen den aber leveln. Kratzer? Oh, Tackle. Nein. Nicht gut. Wir leveln ja aber eh alle mit. Ich glaube, unser Krokel. Krokel kann nicht ruckzukieb. Oh, heule, Digga, ja. Digga, ist mein Ding da. Digga ist aufgelevelt. So, wir lassen unser Krokel. Krokel erstmal nach oben. Weil die anderen leveln ja mit. Also es ist voll okay. Es ist voll okay. Erstmal Krokel vorne, damit wir ein bisschen aufleveln. So, was ist mit dir? Weißt du mich? Komm, lass uns kämpfen. Ey, come on, Knirps. Wenn wir Pokémon Trainer uns gegenseitig ansprechen, steht der Kampf an. Komm, hau raus. Was kannst du? Diego, Knirps, Diego. Ey, ist wirklich Knirps. Ja, Knirps hier gesetzt. Ah. Krokel, beste. Verbrennungsgefahr, ich sehe schon. Level 5, ist das one hit? Ja, es ist ein one hit. Sehr geil. Hat er noch? Bestimmt, ne? Oder hat er noch ein Pokémon? Ah, der hat noch ein Pokémon. Knirps. Gib mir, gib mir all dein Geld. Sind richtig stark. Ja. 220 Dollar haben wir dem abkassiert. 220 Dollar haben wir den abkassiert. Oh, Meryl? Oh nein. Ah, das ist doch Wasser-Pokémon. Shit. Oder ist es Azur-Meryl? Wie hieß, wie war das? Azur-El. Achso, Azur-El. Hoch. Ich habe einen falschen Namen, ja. Platsch. Oh, den können wir safe. Ja, okay, komm, ne? Wasser-Pokémon? Aber nee, komm, wir finden noch safe. Besseren, besseres Wasser-Pokémon, ne? Soll ich halt probieren? Ja, doch, doch, doch. Wir fangen schon alle, die wir neu finden, glaube ich, ne? Auch, klar, nachher, fünf Meter weiter ist bestimmt schon Level, weiß ich nicht. Level 10, äh, oh, Anton? Oh. Azur, zehn Meter weiter sind schon direkt Level 10 Pokémon oder so. Ah, ich habe den in die Box geschickt, ja. Azur, okay. So, Anton. Oh, hier, Anton. Oh nein, ich... Oh, Pamu brauche ich doch. Donnershock, Pamu und Donnershock, ne? Äh, sieben von Anton entwickelt. Wolke sieben entwickelt, was? Pamu. Ey, hat Pamu eine Entwicklung? Ey, ich bin gespannt, ob Pamu eine Entwicklung hat, ne? Pamu hat Kratzer. Hm, das tut weh, ne? Pamu, Donnershock. Uh, sehr effektiv. Anton wird gefangen. Anton lebt im Team. Ich denke, der, der, der kommt, Anton kommt nicht ins Team. Anton kommt auf keinen Fall ins Team. Auch Wasser-Pokémon-Enthron eigentlich ist okay, ne? Eigentlich ist es okay, aber ich denke nicht, dass es, äh, Wasser-Pokémon, ja. Aha, jedes Mal drücke ich falsch. Abbrechen, ja. Äh, in die Box geschickt, ja. Anton, ja, wir müssen noch safe alle fangen, ne? Um Pokédex zu vervollständigen. So, haben wir hier noch... ...X-Verteidigung. Anton, Azuril. Okay. Aber da ist am Wasser direkt hier schon viele Wasser-Pokémon, ne? Wenn ich weiter, äh, hier rumlaufe, bestimmt kommen noch mehrere, ne? Oh, da ist irgendwas. Am Leuchten. Ein Pokéball. Ein Thema Ausdauer. Attacke wie ein Kfé, okay. Hm, da ist auch ein... Uh, Moment, da. Ja, ja, fangen wir Psyche-Pokémon direkt. Let's go. Nice. Der kommt in, äh... Trussler kommt ins Team, ne? Glut? Stirbt er vom Glut? Ah, wird knapp, ne? Egal, sonst suchen wir dann weiter. Hm. Ist nicht so effektiv. Oh, 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 oh. Ist halt voll viel aus. Dann noch Tackle. Sollenstimme. Ja, ist nicht sehr effektiv, zum Glück. Oh, Deckel war sogar knapp. Aber kommt es ins Team? Kommt es ins Team? Ich weiß es nicht, ne? Ist halt ein älteres Pokémon. Kennt man. Ist aber ein cooles Pokémon. Ich glaube, statt Ferkul. Ferkul kennt man doch, oder? Kennt man Ferkul? Kein Spitzname. Fee-Psycho. In mein Team. Anstatt wen? Ah, Dicta. Ja, ja. Dicta raus. Ich hab nur Dicta im Team. Dicta, entschuldige, aber... Dicta kann raus. Wen haben wir denn da? Uff, Puffpuff. Ich mein Puppel, Uffpuff. So, wen haben wir denn hier? Äh, wieder. Warte mal. Was war das denn für eins? Kennt man das? Hä? Was ist das denn? Häffel? Häffel? Boah, schleckerne Häffel. Ist das auch ein Elektro-Pokémon? Häffel? Häffel. Boah, sagt mir gar nichts. Okay. Ey, ich muss... Geschwam von allen die Entwicklungen halt, ne? Hm, Tante. Fee? Fee-Pokémon? Häffel, sagt mir gar nichts. Ab in die Box mit dir. Häffel. Ihr seht aber nicht... Nicht mein Style. Kommt nicht in unseren... So, Häffel, Häffel. So, lass mal hier oben noch gucken. Ja, komm, Pummel... Fangen wir. Puff, 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 sag ich. Pummeluf, oder was ist das? Fluffe... Fluff... Fluffuff? Fluffeluf. Fluffeluf, ey. Oh, Fluffeluf. Boah, level 7. Fluffeluf fangen wir. Fluffeluf fangen. Kriegen wir auch, ne? Oder? Ich denke schon. Boah, aber das wird schon dauern, ne? Arena-Leiter oder sowas wird schon dauern, ne? Okay, bis jetzt. Die Story so an sich. Ja gut. Wir haben jetzt das Pokémon. Aber wir haben das Pokémon, ne? Wir haben das Pokémon bekommen, oder für mal? Pokémon normal. Ballon-Pokémon. Wir haben jetzt den Pokémon. Konnte ich den ausrüsten oder so? Lass mal gucken. Was konnte ich mit dem Pokémon machen? Ich hab doch jetzt den Pokémon bekommen, ne? Ah, okay. Hier kriegen wir den Roboter. Okay. Hier ist nix. Ah, das sind hier Transformationen. Hä? Raichu? Von wo Raichu? Okay. Und hier haben wir beide... Ah, da. Kaido. Ja. Koraido. Autoheil. An die Spitzen stellen. Okay. Okay, 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 okay. Das sagt mir noch nix, aber... Koraido ist aber im Team. Also nicht im Team, aber... Wer ist denn da? Oh, wer ist das denn? Huch. Ach, das ist dieses... Ja, ja. Ja, se... Wie... Boah, Junge. Sezo Kids. Erblut hält es aus. Level 7. Könnte aushalten, ne? Ja, sehr effektiv. Und ab Ende den Pokémon mit dir. Wir haben... Wir haben... Alles... Hier haben wir schon soweit alles abgefarmt, ne? Ist doch... Wir haben alles sofort abgefarmt. Also Sezo Kids wurde gefangen. Alles abgefahren. Aber Level up. Level 10. Ja, ist das... Wir leveln nebenbei, ne? Normal Pflanze. Uff. Frühlingsform. Es gibt verschiedene Formen von Pokémon. Ja, 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 ja. Stimmt. War doch auch grün, ne? Ich hab... Schau... Ich hab mir schon gedacht. Weiß nicht mal grün. Grün ist halt dann eine andere Form, ne? Grün ist eine andere Form, dann. Ah, da ist dieses... Käfer-Pokémon. Ist irgendwas? Nein, hier auch nichts. Okay, hier gibt es auf jeden Fall sehr viele Bälle, die rumliegen, ne? Sehr viele Bälle, die rumliegen. So, ja, die werde ich mir noch alle schnappen. Okay, aber neue Pokémon sind nicht mehr hier, wie ich sehe. Ja, das ist jetzt alles, was wir schon gefangen haben. Dann gehen wir mal zu den Tankstellen und gucken, was die... Zu der Akademie am besten, ne? Mit dem anderen können wir uns sehr, 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 sehr schnell, äh, Ausdauer, nochmal Ausdauer, okay. Viel schneller fortbewegen, ne? Mit den, äh, Pokémon. Wie der rutscht. Nach oben zurückkehren. Ah, warte, da war... Da war einer, ne? Ja. Safe Trainer, alter, ja, Mann. Mal gucken. Lass mal kämpfen, ich mache mir doch platt. Wenn du mich gewinnt, verrate ich dir etwas ganz Tolles. Ah, ich bin gespannt, der Akademie-Schüler Maribel. Hey, Junge. Was ist denn da los? Maribel, ist es nicht so, Junge? Oh. Ich sage nichts, kann, äh, kann alles sein, ne? Äh, vielleicht weiß ich noch nicht, was es entschieden hat. Farukel. Hat es wieder neu, Pokémon? Ja, bestimmt, ne? Okay, wir sind schon Level 10, also. Ich denke mal, da kommen wir locker durch. Kommen wir locker durch. So, dabei hat man eine Pokédex, oh, 160 Pokédex abgezogen. Ja, ja, nicht heulen. Ich gehe wieder arbeiten. Ich habe ein ganzes Geld abgezogen, ne? So, ey, wir sind schon, äh, ja, sage ich, Rabauke? Keine Ahnung. Wir ziehen alle ab, Tankstelle. Hey, ich bin hier drüben. Ey, einfach, einfach ein paar Tankstelle, oder? Das ist, das ist Pokémon Center. Es ist eine Tankstelle, verdammt. Hier gibt es einen, ich habe Dienst für Pokémon Trainer. Sie haben sich besser und genau erklärt als ich. Öh, nein, es ist nicht mehr Schwester Joy. Befrieden und willkommen beim Pokémon Center. Ich kann mich darum bekommen, das fit zu machen. Äh, direkt neben mir befindet sich Pokémon Supermarkt. Da für alle mögliche Items erwerben. Ja, Tränke, Bezahlung, Einkäufe, LP, akzeptiere, 1 LP, okay. Und diese Schalterzugraf eine TM-Maschine, technische Kurz-TMs herstellen. Oh. Pokémon Attacken, LP bekommen Materialien. Mega nützlich, kannst du mit dieser Maschine auch eine Lände ausgeben, eben auch die Läden ausgeben. Kannst du mega davon, hier gibt es dir welche ab. Was gibt dir mehr? Boah. Öh, einfach Money. Und die sind auch für dich. Hier ist der Haufen Materialien von Emila. Äh, Freundeskreis von Knühen, kannst du dich über die Community hier mit anderen zusammenschließen, blablabla. Pokémon Center vorbei, um Hilfe dazu benötigt. Okay, komm, komm, hau mal. Brauchst du eine Haufen Hand, kommst du Pokémon Center. Manche das daran merken, wird dir besser. Und du dich ein bisschen in deinem Pokémon gewöhnt hast, kannst du dir einmal versuchen, Pokémon Spitz deines Teams Drücke R loszuschicken. Ich schicke auf Samurai, Pokémon Kämpfe. Okay, Pokémon Losschicken. Drücke R, kannst du die Pokémon Spitz deines Teams Drücke R loszuschicken. Es kämpft dein Enkel eigenständig gegen Pokémon in der Nähe oder sammelt Items. Oha. Wenn du Pokémon allerdings nur noch ein wenig verfügst, kannst du dich nicht alleine loszuschicken. Das schwächte Pokémon lassen sich nicht alleine treten. Wenn du losschickst, Pokémon im Kampf starten, musst du dabei Anweisung geben. In solchen Autorkampf kannst du deine Kämpfe bekommen auch. Okay, bestimmte Stärke von Typ, das heilt Pokémon. What? Könnt ihr selbstständig checken? Okay, lass mal hier. Mal gucken, wie das fit machen. Ja, Pokémon heilen. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Wow. Richtig heilig. Heilig meinte, Tankstelle getankt. Vielen Dank für die Geduld. Ja. Wenn du das nächste tun solltest, fragt beim Pokémon Zentrainer. Ah, okay. Okay, okay, okay. Sehr geil. Abbrechen. Warte, ach, ich sollte was nachfragen sogar, ne? Moment, weiter. Ähm, Ratfragen. Das nächste hin. Empfehle dir Orange Academy aufzusuchen. Dein erster Tag wird bestimmt aufregend. Die weiß einfach alles, ne? Die hat das Hausspiel. Die weiß, dass wir erst einen Tag haben, dass wir dings und so. Einfach, die weiß alles. Okay, nice. Ey, das ist nice. Das ganze Shop. Was ist mit dir? Wir heute oder verlassen, kommen wir zu Teilhard-Südliche Zone 1. Mit dem großen Hügel unserer Akademie führt. Trainieren, äh, die nur noch darauf warten können, Probe zu gestellt werden. Ah, okay. Pokémon Zentra. Einige fordern dazu, sich einen Freund zu treffen. Ah, ja. Ja, klar. Ja, klar, ja, klar, ja, klar. So, lass mal die Stadt erkunden. Was ist los hier? Was ist los hier? Ich seh mal, was steht hier? Hier, richtiger Fußballer sieht aus. Ruhe gemacht, die treibende Kräfte. Ja, okay. Der sagt einfach nichts. Okay. Was ist hier los? Ah, du bist auf ein Eis. Ne, danke. Ne, danke. Wo ist denn R? R ist hier, okay. Was ist hier? R ist so süß. Ja, okay, es ist süß. Es ist süß, ja. Es ist süß, ja, ist okay. Geh auf die Seite. So, wir müssen eigentlich da nach oben, ne? Oder? Pokémon Zentra wird angezeigt. Wir können schon, ähm... Das heißt, fühlt sich so gut an. Oh, ja. Das Gras fühlt sich so gut an. Können wir wieder in den Häusern einbrechen? Einfach so, oder? Na, ah, meine Paraheiler. Und drauf, damit kann ich... Ja, Paraheiler. Die hat sich Paraheiler bestellt. Oh. Taurus, Alter. Das ist Pokémon. Ich fühle mich, dem wird ja zuerst gekampft geschickt. Was ist das für eins? Ist das da? Ist das Taurus? Neue Form, oder? Neue Form von Taurus bestimmt wieder. Gibt aber geil aus. Gegengift, ja, nehmen wir. So, sind hier welche Pokémon im Gras wieder? Südliche Zone 1. Oh, ja. Neue Pokémon? Nein. Äh, Puffpuff kennen wir schon. So, sonst, die haben wir schon, ne? Wir können ein bisschen kämpfen. Oh, da ist wieder... Ne. Äh, haben wir schon, ja. Temm, Kraftvorrat. Kraftvorrat, ja. So, lass mal probieren. Bam, und das kämpft es jetzt automatisch. Zack, levelt es auch auf? Wow. Wow, es ist... Es ballert alle automatisch. What? Äh, wie easy ist das denn? Äh, wie easy ist das leveln denn? Ja, okay, man kriegt aber nicht so viel XP, ne? Kämpft es hier auch dann? Kämpfst du gegen das? Oder nicht? Ne, da muss ich wieder, muss ich wieder... Ah, guck mal, es schläft. Guck mal, es schläft. Warte mal. Es war... Es war... Warum war es lila? Warum war es lila? Ich muss aufpassen. Es gibt andere Farben, Pokémon. Äh, hier. Warum war es lila? Sagt mir nicht, ich habe einen Shiny verpasst. Sagt mir nicht, ich habe einen Shiny verpasst. Ach, scheiß drauf. Ich mache dir keinen Kopf. Ich habe keinen Shiny verpasst. Nein, es war nicht lila. EP-Bonus. Success. So, Pokémon wieder da. Zack. Ich mache es wieder alle platt. Ja. Ja, okay. Es ist nicht so einfach leveln, weil klar, die... Äh, ja. Gibt viel, viel weniger EP, ne? Also, ist okay. Besser als nix, aber... Äh, ja. Oh, doch, Level 12, okay. Gibt es hier noch was? Ist das ein anderes, neues Pokémon? Nein. Alles die gleichen, ne? Ja, okay. Es macht einfach alle platt, Mann. Mein Krokodil ist, äh... Richtig heftig unterwegs. Okay, komm wieder mit. Komm wieder mit. Hey. Ey, nice. Sehr, sehr geil gemacht. Das finde ich doch mal nicht schlecht, ne? Das finde ich ja gar nicht schlecht. Ah, da kommen wir nicht rein, okay? So, erzähl mal. Was geht ab? Hm, diese Uniform. Wer ist denn das Schüler Akademie bist? Sechs Pokémon mit dir führen kann. Ey, wollen die mir Tutorial erklären, oder was? Was ist hier? Uh. Uh. Kann ich mein Pokémon da reinschmeißen? Oha. Oh. Es schwimmt. Hahaha. Okay. Warm. Kämpft es oder nicht? Nein, es kämpft nicht. Haha, okay. Einfach auf den Luftballon. Erholung. Erholung nehmen wir an, okay. So, wir... Ja, Richtung Akademie, würde ich sagen, ne? Südliche Zone 1. Zone 1 hier. Uh. Let's go. Neues Pokémon. Das fangen wir doch, oder? Äh, Frubbel. Frubbel. Äh, ähm... Ja, Blut, oder? Safe verbrennt uns, ne? Aber nicht schlimm. Okay. Aber ich fange es, ne? Ich muss eigentlich Pokébälle kaufen, ne? Ich muss eigentlich Pokébälle kaufen. Ich gehe gleich wieder zurückkaufen, wie ein Pokébälle, aber ganz vergessen. Weil gleich habe ich keine mehr, ne? Ja, okay, wir sind schon Level 12, ne? Dann muss es so ein Tackle... Oh, so ein Voll-Ach, so ein Volltreffer. Ich dachte, oh, schon ein Tackle ist zu viel. So ein Tackle ist auch schon, ne? Ich gehe schon sehr viel ab. Oh, ich gehe schon sehr viel ab. Warte mal. Ist da... Ist da hinten irgendwas auf dem Baum? Irgendwas Dunkles? Pflanze, ja. Äh, seine Schweiß schmeckt so süß wie ein... Ja, blablabla. Ein gekochtes Obst. Okay. Da auf dem Baum war irgendwas. Irgendwas Dunkles, habe ich gesehen. Lass mal gucken. Ist da was? Ach, ne, das ist die Laterne hinter dem... Ach, scheiße. Ich dachte, irgendein seltenes Pokémon. Nicht wirklich. Nicht wirklich. So. Jo, ich glaube, wir holen uns erstmal ein paar Pokébohle. Äh, Pokébohle. Pokébohle. Pokébälle da. Kriege ich mir safe paar neue Paar dazukaufen, ne? War doch hier ein Händler. Auf der Tankstelle. In der Tankstelle. Supermarket. Ja, zeig mal her. Was hast du, Pokébälle? 10. Oh, 54. 20. Ja, ja, safe. Hallo. Vielen Dank. Wir wollen doch safe hier alles kaufen. Alles fangen, meine ich. Supermarket kommen ja auch, aber ist okay. Ja, Pokémon. So. Zwische Zone? Äh, gönn wir jetzt wieder ein paar neue Pokémon. Ja, okay, komm. Ich sag ja, nix hat vorher schon welche. Okay, der... Den haben wir schon. Dann habe ich... Ey. Zack. Der macht... Der macht dir alle platt, ne? Der... Weil... Mein Krockel... Mein Krockel macht dir alle platt. Lass mich warten das. Den Feuerstarter. Hä, natürlich. Hä, natürlich. Natürlich. Natürlich haben wir den Feuerstarter. Es ist einfach das Krokodil. Pass irgendwie zu dir. Ja. Es ist einfach ein Krokodil, Mann. Wir sind sowas von Krokodil hier. Forder dich raus. Ah, komm her. Ey, vor der Schule gibt es mit Rhea hier richtig noch Schlägerei. Oh, je. Oh, je. Sehr effektiv. Ja, logisch. Frubr. Frubr. Ja, gut. Ey, der hat ja auch nur ein Pokémon ab, ne? Irgendwie zu wenig noch. Hat ja auch nur ein Pokémon. Die hat auch nur ein Pokémon, ne? Ja, ja, heul nicht. Och, nö. Man sollte es nicht, äh, falschen, wenn man gar nicht mehr kaufen will. Gib mir dein 220 Bucke-Dollar. So. So, so, so. Oh, hier, Wasser. Wasser, Pokémon. Oha. Hä? Ist das, ist das... Wie hieß der nochmal? Feral? Ah, so. Feralino. Oha, Feralino war das. Hä, wieso ist Feralino so... So komisch? So schwarz? War nicht Feralino blau? Feralino war doch immer blau, oder nicht? Hei. Was glaubst du nicht? Wer ist Feralino? Oha, sehr effektiv. Scheiße. Crockel sinkt. Hä, warte, ich hab... Ich hab Superbälle. Ja, Lula Raichu. Ach so, ah, okay, okay, okay. Okay, Felino, andere Form. Sag mal, wie sieht die denn aus? Felino Boden. Ach so, Bodengift. Okay, okay, okay. Bodengift, Bodengift, Bodengift ist eigentlich sehr stark. Die Entwicklung wird bestimmt... Ja, okay, die wird einfach nur dunkel sein, bestimmt, ne? Die... Wie hieß der nochmal, die Entwicklung? Felino? Ja. Weiß ich gar nicht. So, hier gibt's... Gibt's noch paar... Wasser-Pokémon hab ich noch nicht so wirklich, ne? Was mich so catcht. Sag mal, Azuril wieder. Felino. So, ne, ne. Wasser-Pokémon hab ich noch. Azuril wieder. Oh, Pichu. What? Fangen. Oh, der ist noch... Was ist denn da hinten mit dem Pokémon? Pichu, ja. Wollen wir Pichu? Nein. Äh, Pichu... Pichu fangen wir auch, ja, hallo. Pichu überrascht und kann nicht, was? Oh, noch ein Tackle? Oder fangen. Nein, paralysiert. Oh, ne, hör auf. Krokel. Krokel einfach paralysiert. Das ist der Pokkler. Ja, Heikl. Das geht. Ja, Pichu gefangen. Easy. Easy. Oha, was ist denn hier los? Einfach die Welt untergegangen. Was ist da oben? Da hinten war ein anderes Pokémon, ne? Pichu, Elektropokémon. Ja, nehmen wir mal. Und ich ärgere mich mit Zeus. Ah. Ich entspanne mich hier. So, wo ist der? Wo ist der? Da ist der. Was ist das für ein Pokémon? Was ist das? Oh. Hä, was ist das? Ich kenne, das kenne ich gar nicht. Yoro, wie eine Ente? Ne. Was ist das? Sproxy. Ach, warte. Das wird doch dieses Käfer, oder? Ich glaube, das ist dieses Käfer-Pokémon. Käfer-Wasser? Sproxy? Wird das nicht zu diesem, zu diesem blauen? Ich glaube, ich glaube, das ist dieses Wasser-Ding. Proxy wurde gefangen. So. Gift normal. Spitznamen geben, nein. Bericht, Bericht von Proxy. Ich sag da, Junge da, guck mal. Könnte eine Ente sein. Hallo? Nicht aktuelle Erfahrung, ein bisschen. Das ist Proxy. Okay. Ab in die Box mit dir. 202. Oha. Ey, ich bin schwarz. Weiß man schon, wie viele Pokémon es hier gibt? Wie viele Pokémon es hier gibt? Ich hoffe, viele, Mann. Ich hoffe, sehr viele. Sehr viele wäre cool. Ich hoffe, mehr als ein Schwert und Schild. Oh, hier Kämpfer. Komm her, Alter. Auf den Winter Academy. Komm, ich mache mir platt. Könnte. So. Ja, Hausmeister Elvin. Fordere dich raus. Junge, ich glaube, du sollst... Du bist hier falsch. Was will denn ein Hausmeister mitten im Nichts? Ein Hausmeister mitten im Nichts? Uff. Kaum, Glut geht auf. Muss denn, müsste nicht klappen. Das ausmachen, wenn du keine vergibst? Ah, okay. Ja, das ist gut. Das ist gut. In Einstellung oder wo? Unterricht. Oh, der hat Money. Rich. 460 Bucke-Dollar abgezogen bei dem. Einfach 400 Bucke-Dollar bei dem abgezogen. So, Attacker lernen. Ah, das Tempo. Äh, wird ich gerade automatische Speicher an. Spitznamenanzeige. Ah, okay. Video springen. Haltungsfunktion. Okay. Okay, dann warte. Ich habe mir irgendwie geändert. Ach so, warte. Spitznamenfragen. Aus. So. Ach, jetzt wurden geändert, ne? Okay. Der Käfer, der sieht ziemlich lustig aus, ne? Und dann, was ist das denn? Ach, schon wieder die Ente. So, die Spox, der Spox ente. So, wir sind gleich in der Akademie. Ach, der richtige Hogwarts hier. Oder? Was ist da? Ach, das ist dieses eine. Ja, ja, ja. Richtiges Hogwarts hier. Ich werde der allerbeste Magier sein. Zauberer Magier. Mein ich, was für Magier. Ey, diese auch. Funktion. Bam. Wohin mit dir? Nein, falsche Richtung. Hier. Lauf. Paralysiert. Nein, wir sind... Oh, nein, nein. Der Krokel hinter mir her. Der läuft hinter mir her. Ey, die wollen mich, ne? Ich will nicht. Ey, diese Funktion, dass... Dass die selber alle kaputt haut, ne? Ist nicht schlecht. Guck mal, der... Hahaha, der läuft hinter mir her. Der läuft ihm hinter mir her. So. Warte. Ist da ein Pokémon? Ist da ein Pokémon? Was ist das? Da ist ein Pokémon, oder? Wieso kann ich denn nicht... Äh, wieso kriege ich denn nicht? Junge, äh, ich will da hoch. Nein. Ich will da hoch, Mann. Komm, kann ich da hoch, oder nicht jetzt? Ich will da hochsliden. Geh, hier hoch gehen. Hä? Ich will das Pokémon haben, Mann. Kann ich... Kann ich das nicht haben? Und dann, was er macht, aber kann Münzen sammeln. Okay. Ja. Ich hab's. Gifte, Münze. Und diese Materialien bekommt er einen Unfall. Unfall? Was? Was für ein Unfall? Okay, ja gut. Uh, Tankstelle. Hast du Lust zu kämpfen? Komm her, Mann. So, ich will... Ey. Dings ist richtig cool, ne? Parmo. Parmo ist mein Lieblings-Pokémon. Parmo sieht ja richtig geil aus. Ah, wie läuft's? Ja, Chris läuft bis jetzt sehr gut. Wir sind schon fast, äh... Äh, wie heißt es? Ash, äh, Sieger hier. Der, der Weltmeister. Wir sind schon fast Weltmeister. Du hast den erhalten. Äh, willkommen Pokémon zuerst. Will du Pokémon heilen? Ja. Parmo. Mmh. Ich bin gespannt auf Parmos' Entwicklung. Champion. Oder Champion. So. Vielen Dank für den Geduld. Ja, danke. Oh, was ist das? Äh, Profi... Personalhaus, ne? Kamera-App öffnen, SON-Mitteilung prüfen. Okay. Hat helfen, ja. So, was gibt's hier? Ich denk mal, wir gehen jetzt weiter, ne? Wir haben jetzt gut Pokémon gefangen. Auch gut trainiert. Jetzt können wir jetzt umsammeln. Die Main-Story wieder ein bisschen weiter. Hab ich gegen den gekämpft? Nee, ne? Wenn er in den Nörtern nützen, soll ich dir noch was passieren. Okay, cool. Let's go. Parmo. Lieferant Marcel. Ey, der Lieferant ist nicht so gut, ne? Der steht hier schon. Uh. Ja. Wir vom Schwert und Schilz, ne? Micro. Micro ist cool. Donner-Schock. Aber Micro steht jetzt. Sorry. Ich mein, wird besiegt. Hier sterben keine Pokémon. Sie werden nur besiegt. Hm, Parmo. Oh ja, ich hoffe, ich hoffe, Parmo kriegt ne geile Entwicklung. Einfach Pichu-Bär. Ich wollte den eigentlich Pichu-Bär nennen. Ah, komm, mach die platt. Oh, wohin? Wo läufst du? Nein, falsch. Nein. Ah, der läuft wieder falsch. Ach, komm zurück. Ist egal. Warte, war da jetzt ein Eingang oder nicht? Doch, hier war ein Eingang, ne? Ja, jetzt sind wir vom Tor. Was ist eigentlich mit unserem Krak- Wie? Oh, Junge, ich vergesse den Namen. Krakos? Krakos? Ihr wisst schon, der Haupt-Pokémon. Verdammt. Der Legendary. Krokel. Nein, Krokel ist unser Pokémon. Da sind Pokémon-Kämpfe gegen den Trainer unterwegs stärker geworden. Lass mich das gleich mal überprüfen. Mit einem Kampf natürlich. Geht klar. Äh, Grafik sieht okay aus für Pokémon. Ja, ist okay. Ist okay. Ich hab's mir noch schlimmer vorgestellt eigentlich. Die haben schon aus der Switch rausgeholt, was geht, ne? Klar, natürlich. Wäre es so ein PS4, PS5, Xbox-Spiel und so. PC wäre schon heftig, aber ist gut. Sieht ziemlich cool aus. Halt die Umgebung, ne? Die Charaktere sehen eigentlich ziemlich sehr gut aus, finde ich. Aber die Umgebung, ne? Die Umgebung ist leider nicht so. Da schon ziemlich stark wirkt, schicke ich diesmal gleich zwei Punkte. Nicht effektiv, kratzt, ruck, 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 ruck. Stroke verwandelt sich schon bald, oder? Hallo, wir sind schon Level... Welches Level sind wir? Volltreffer, ne? Wir sind schon Level 13. Wenn die sich wieder mit 16 oder so verwandeln, ist wir schon bald... Wir sind noch nicht mal in der Schule und die verwandeln sich schon bald. Oder die haben Level geändert. Wechselwirkung zwischen den Typen. Ja, schon voll drauf. Ja, Feluri. Feluri ist raus. Oh, Level ab, ja. Gewicht, was? Nächste Parmo. Ey, die hat auch Parmo. Gegen Parmo? Was hat Parmo? Das ist Blitz, ne? Ja, gut, hier. Käfer, oder? Gegen Blitz? Was könnten wir? Käfer können wir gegen Blitz machen. Nicht gefällt es, dass man so jung aussieht, als sonst ne... Irgendwie... Ja, ja. Als wären wir wirklich so... Keine Ahnung. Vier. Okay, nicht vier, aber... Wir sind dann auf jeden Fall nicht mal zehn. Okay, Fadenschuss, Käfer. Fadensch, Käfer. Ist das ne Attacke, oder ist das nur... Nichts Spaß. Meiner ist aus ne Ärmel zu ziehen. Zeit, meine Ärmeler. Was ist denn ihr Ärmel? Hä? Warte. Was macht ihr denn jetzt? Hä? Hä? Was ist das denn? Diese Track-Kristallisierung kann stärker von Pokémon-Tag-Typs noch weiter steigern. Wow. What? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Die seh... Aber... Die... Ja... Die seh... Hä? Sieht ja komisch aus mit dem Unterteil auf dem Kopf, oder? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, Kro... Ey, wer? Die besiegt mich jetzt. Mach doch nicht sowas. Komm, Glut, oder? So, nach Schock. Ey, der macht... Die machen wir fertig. Boah. Komm, Glut, oder? Oh, ja. Komm, nochmal Glut. Scheiße, ich hätte Tackle machen können. Ja, okay, okay. Wir haben es. Ich dachte schon... Was ist das mit den Kristallisierungen hier? Bruder, Besiegt... Was ist... Was war das denn jetzt für Kristallisierung? Oh, sieht aber nicht so fresh aus, oder? Einfach Kristall. Und dann so, 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 so ein komisch auf Kopf. Bekommst du ein extra Typ? Oha, okay. Extra Typ? Oha, okay. Gegen mich gewonnen, obwohl ich hier Terra-Kristallisierung eingesetzt habe und du nicht. Und warte, du kannst dich doch gar nicht einsetzen, oder? Lass mich doch bestimmt was machen. Überlass das nur mir. Du hast viele Talente, die immer wieder vergessen und die Unerfahrung du noch bist. Liebe, liebe, kannst du ein kleines Dankeschön für ein tolles Hanf. Drei, liebe, ja, gib her. Wo ist noch Pokedollar? Ich brauche mal alle deinen Pokedollar. Ich brauche mal alle deinen Pokedollar.